so leute dann sind wir beim nächsten opening und wir haben dungeon and dragons x secret layer death in the eye of the beholder part 2 wir haben ja ins part 1 schlagen guckt part 1 war mega mit bribery und so weiter und so fort mega hier haben wir einen anderen beholder und andere farbkombination und andere karten damit und das fand ich sehr sehr süß und sehr sehr cool dass hier verschiedene beholder drin sind die auch noch verschieden dass sie gut leer bekommen haben mit verschiedenen karten was ich sehr cool finde aggressive hateful and greedy these other nations dismiss all other creatures as lesser beings toying with them or destroying them as they do sehr cool wir haben ja hier so ein cooles thank you for being part of secret deswegen auf meiner seite aus vielen vielen dank an die leute die es mir bereitgestellt haben david oder mich ich bin mir nicht ganz sicher david erkennt ihr habt ihr andauernd thumbnails wenn ihr das nicht habt nicht kennt unten in der video beschreibung ist ein instagram könnt ihr mal folgen macht coolen stuff und ja vielen vielen dank an an euch ich weiß wie gesagt nicht wer wer von euch welches sekulär bekommt dementsprechend danke ich euch einfach bei beiden das ist okay das okay dafür kenne ich die beiden auch schon sehr lang genug und das passt ganz gut so wir machen mal das sekulär auf von karatsika wie ein tyrant gegen den habe ich mal gespielt bei herumkommandiert tatsächlich und der war sehr 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 stark fünf mana fünf fünf immer wenn du angreifst ein spieler angreifst tappst du eine kreatur die der spieler kontrolliert und wird sie wird gegaudet und immer wenn eine kreatur einen anderen spieler als dich angreifst dann verliert der angreifende spieler leben und du auch und ihr bezieht beide eine karte das ist mega 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 cool ist glaube ich der pre-con commander korrigiert mich wenn es falsch ist aber ich meine es wäre der pre-con commander dann haben wir ein beholder's death ray unfail save target creature dies eine super super coole karte die nette zeit sehr viele reprints bekommen hat aber trotzdem immer noch relativ teuer ist weil sie immer noch sehr 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 beliebt ist und es ist eine kam dementsprechend pauper spielbar und solange das so ist sehr sehr gut dann haben wir die fall in der kreatur richten des 1 bis 4 in swan die man kontrolliert ohne fehlen save tag reacher takes 8 die 8 necrotic damage 8 die 8 8 durch scheiße das können wir gesehen dann haben wir obliate auch hier eine kamen die in pauper gespielt wird und zwar im mono black auch so ein bisschen genau wie snuff out by the way deswegen spannend beholt das per last 3 ok on a failed save tag reacher bekommst per leist surprise bei dem namen dann haben wir beholt das tele telekinetik ray mit fling auch sehr cool on a failed save tag reacher can be moved up to 30 30 30 feet in any direction okay das sieht auch mega cool aus hier mit dem mit dem dude und wieder so mega dann haben wir noch beholders disintegration ray fire convent fire convent habe ich tatsächlich im legacy mal gespielt und im commander sehr gute karte on a failed save tag reacher bekommst a pile of fire gray dust okay okay whatever und wir haben archivist of ok ma 202 2 flash wenn er seinen decken durchsucht kriegen wir in den leben und sie eine karte okay die ist aus dem einen der ich meine baldos geld ich bin nicht sicher aber ich meine die wir aus baldos geld schönes art work schönes art work ja das war der beholder der rot schwarze beholder secret layer auch hier ein sehr sehr guter secret layer ich finde nicht ganz so krass wie den blau schwarzen drop aber hier wenn jetzt gerade wenn ihr mit dem pauper unterwegs seid mit obliad und mit mit snuff out mega gute auswahl deswegen sehr sehr cooles secret layer und deswegen noch mal vielen vielen dank dass ich es aufmachen durfte und auch vielen vielen dank an meine patrons und youtube membership leute diese leute unterstützen mich diese leute unterstützen mich sehr 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 stark deswegen vielen vielen dank an euch vielen dank der jeden der mich monetär unterstützt und mir was bereitstellt oder oder monatlich mir irgendwie geld zukommen lässt oder sonst was vielen vielen dank dass das hilft mir ungemein deswegen vielen vielen dank an euch vielleicht wollt ihr das ja auch ihr könnt ab drei euro monat könnt ihr mich unterstützen auf plattform eurer wahl und ab dem gewissen tier werdet ihr dann auch zum beispiel hier in der endcard gezeigt oder 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 könnt ihr mal nachschauen vielleicht ist das was für euch wenn das nichts für euch ist das gar kein problem bitte 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 nicht in unschulden nicht in schulden werfen und bitte 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 nur wenn ihr das wirklich könnt und auch wollt und ansonsten liken abonnieren daumen nach oben da lassen das ist alles gratis und kostenlos und hilft mir auch dementsprechend das sollt ihr auf jeden fall auch tun ich hoffe ihr habt spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin euer blackseat ciao ciao